Willkommen bei Lifehack. Du kannst zum Beispiel sagen, Frage Lebensvereinfacher nach Zeitersparnis beim Reisen. Welches Thema möchtest du? Essen, du magst Kirchtomaten, aber viele zu schneiden dauert zu lange? Du kannst eine Menge von ihnen gleichzeitig schneiden, wenn du die Tomaten auf einen Teller legst und dann einen weiteren Teller oben darauf legst. Dann benutze ein langes Messer und schneide durch den Freiraum der beiden Teller. Jetzt hast du viele Tomaten in der Mitte in kurzer Zeit geschnitten. Lernen, wenn sie konzentrierter lernen wollen, sie sollten einen Kaugummi kauen, da dies die Gehirnstöme verbessert. Reisen, deine Kleidung passt nicht ganz in deinen Koffer? Dann rollen sie einfach ihre Kleidung, denn es spart ihnen viel mehr Platz, als die normale Quadratform. Technik, sie verlieren ihre Fernbedienung die ganze Zeit? Machen sie einen Magnetstreifen darunter und ebenso einen auf dem Tisch. Gesundheit, sie haben Sodbrennen? Dann verwenden sie einen halben Teelöffel Natron verrührt in einem Glas Wasser und das Sodbrennen ist weg. Willkommen bei Lifehack. Du kannst zum Beispiel sagen, frage Lebensvereinfacher nach Tricks im Garten. Welch? Garten, sie sind im Urlaub und ihre Pflanzen sollten Wasser bekommen? Dann benutze eine Windel und mach sie voll mit Wasser. Es wird ihrer Pflanze von Zeit zu Zeit, nicht zu viel und nicht zu wenig Wasser, geben. Geld, du willst eine Reise machen? Dann solltest du sehr früh buchen, weil es für den gleichen Flug viel billiger ist. Reinigen, sie haben Kleidung mit Wachsflecken oder Kaugummi drin? Dann legen sie die Kleidung in den Gefrierschrank und sie können es einfach entfernen. Willkommen bei Lifehack. Du kannst zum Beispiel sagen, frage Lebensvereinfacher wie lebe ich gesünder? Welches Thema möchtest du? Hilfe, du kannst sagen, Alexa, frage Lebensvereinfacher nach Lernen. Und du wirst einen Lifehack über das Thema Lernen bekommen. Wie kann ich dir helfen? Goodbye.